eine schaufel was haben wir hier? energy drink energy drink bist du ein stock höher? ja ich geh heute abend einfach schön essen wasser also ich nehme wir sollten mal klug stacken eigentlich wenns geht und ausräumen nachher taschenlampe will jemand eine taschenlampe für ins dunkle? ja ich könnte es weil ich hab ne nachtsicht hier hinten wow wow raus 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 der schuss war sicher für uns gedacht der schuss war für uns gedacht gegner das sind jetzt andere online spieler sowieso waffe die können natürlich ja deren ziel ist wahrscheinlich auch einfach uns zu töten und unsere equipment zu nehmen kommt hier raus kommt hier raus wo bist du? in Richtung fluss raus ne bist du nicht du bist auf die andere seite du bist genau dort von wo sie geschossen haben bist du raus ja ich bin beim fluss also willst du was leck mal gehen wir zum fluss oder gehen wir aber dort haben wir war das nochmal ein schuss? ja ist ja nochmal ein schuss also weg sprinten sprinten ja die schießen auf uns halt aber die können doch auf der ferne also aus der distanz mit solchen waffen die die haben nicht wirklich treffen weiß nicht weil der andere schuss war glaube ich ein sniper aber jetzt ja jetzt das klingt wie eine schusswaffe eine normale ist wohl einfach einfach über den fluss nicht auf dem fluss wäre ein leichtes ziel Sven ja jetzt müssen wir schnell sein einfach rüber schade können wir nicht tauchen ja das wäre ziemlich nützlich folgen die uns eigentlich weiß nicht ich möchte in ihr gerne mal schauen aber die können die uns eh nicht wirklich treffen weil mit diesen ich glaube es jetzt mal mit diesen ich meine mit diesen auch mit so eine ja zum beispiel eine arca oder so ist ziemlich schwierig oder braucht man schon wirklich eine sniper ja komm was bleibst du dort stehen ich wollte schauen ob ich sie sehe weißt du wegen der nacht ach ja du hast dieses fernrohr oder mhm ach ja guck mal guck mal mit dem fernrohr auf die die hast du das fernrohr wert ist eigentlich von von beiden ach du guck mal ach was nee das ist für eine waffe lol oh lol ach für eine sniper wahrscheinlich ach so aber du kannst ja du kannst da brauchst du sicher wieder ein Rezept oder so ne ja genau schweizer kompakt sucher ab ist eine schiene schienen montiert zielhilfe die die schussgenauigkeit bananen und mittelchen zielen erhöht für welche Waffe weißt du das wahrscheinlich ist ein Ball gemein für mein M4 oder ich vielleicht ja vielleicht geht das auch für so für solche ja Jakob nimm du die mal vielleicht kannst du das aber ich brauch sicher ein Rezept dafür wie der Beuses komm hier ich hab's hier mal hingelegt egal Rucksack ist voll was soll ich rausschmeißen gib mir was zu essen oder so warte instant instant Tafelbräu so was was oh das hab ich auch instant Tafelbräu ist das äh etwas viel ja ich hatte noch ein Item davon gehabt gepackt hier wo befestigen kann ich das man kann es befestigen aber an was ich kann es nicht befestigen ach hier hat ja jemand hier hat jemand eine Taschenlampe hat jemand eine Taschenlampe hat jemand eine Taschenlampe Sven seht ihr das das ich befestigt habe auf meiner M4 ach ey ich sehe es nicht auf der M4 ist es gegangen ja es ist gegangen du hast es ja ach cool ich hab's einfach immer noch im Mittag warte und jetzt und du hast auch noch was anderes an diese Nachtsicht siehst du es jetzt boah jetzt kann ich wirklich weit boah ich kann ein bisschen über den Fluss gut zielen echt wirklich oh krass weil jetzt sehe ich auch wo sie sind gehen wir mit der Nacht wartet das auch noch Nägel gehabt ja willst du noch was zu trinken ne ich hab drei Limodosen noch zu essen nein danke braucht sonst jemand noch was zu essen ich kann nicht das nicht auch für euch auch noch über die Hälfte okay warte und ich hätte ich selbst hätte selbst noch ins und auch noch was essen vielleicht hat jemand noch so ein bisschen überflüssig Medizin oder so ich habe ein Schmerzmittel und Verbände ich habe Typen Essen Verbände also gut Verbände halt jetzt nicht viel aber es gut gegen Verblutung ich blute es jetzt zwar nicht aber ich habe es jetzt noch nie geblutet also warum kann man keine Rezepte ich checke es nicht wie das mit den Rezepten geht ernsthaft wir machen ja vielleicht dann noch mal vielleicht ein Part oder vielleicht mal so und dann eben vielleicht bis dann bis zum nächsten Mal wissen wir es vielleicht wie das geht okay ich kann die Nägel nicht gehen wir zum Camp Splitter die Nacht Splitter warte das sind was ernsthaft willst du nicht zur Petschform ja okay Petschform müssen wir einfach wieder über den Fluss gehen wir zum Häuschen vorne wo wir gestartet haben ach ja hier haben wir gestartet ja jetzt sind wir einfach mal wieder zurück okay boah ich gehe heute Abend noch lecker essen man geil da kam einfach meine Mutter in die Aufnahme hey wirklich kam einfach so kommst du auch mit essen heute Abend was Pizza du auch nur Eil es gibt auch noch leere Flaschen und da kann man wahrscheinlich auch einfach auffüllen ich hoffe es habe ich ich weiß nicht einfach beim Wasser hier ja aber wir haben es eben schon versucht und es ging nicht also man braucht wirklich wahrscheinlich so ein Rezept oder irgendwie sowas dafür ist 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 ein bisschen doof irgendwie aber naja hat's was? man kann Sachen reparieren aber es kostet keiner will wir einen Golfschläger? ne ach das ist einfach wie du was gespawnt oder ja ich habe einen Schlagring ja da spawnen einfach immer wieder Sachen ich geh mal ja ich komm dir nach ups komm 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 ey wieso kann ich hier nicht runter? he 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 Wieso ist denn das so acord in Schwingen weil er jetzt so durch die Dänke geht? nennst du mich es ist eigentlich der kt-designer ich glaube das ist ein shotgun hat kt-designer warte mal ich hab noch im gepäck ich glaube ich habe noch ein gepäck aber einfach ohne munition ich glaube ich kann die wegwerfen weil muniz nein munition wird man eh nicht finden und man kann es wahrscheinlich dann eh nicht ausrüsten aufklicks bei mir steht hier dass das m4 ist ein vielseitiges leichtes stimmgewehen kommandostil das gasdruck betrieben ist und 5,5 6 mal 45 millimeter patron effektiv in kurzer und mittlerer reichweite abfuhr hat er soll ich die ak trocken nein behalte sie heute läuft einfach schon vor da ist halt ein bisschen schwer aber man warte doch mal Sven der läuft einfach schon davon der sprintet auch die ganze zeit weißt du Sven warte doch mal auf uns ich finde es voll scheiß dass die m4 ein zweischuss war fürst ja manchmal ist er allgemein allgemein nicht so gut wo ist denn das wo ist denn das der verbraucht einfach einen schuss man der sprintet ihr die ganze zeit ist doch scheiße sprinte doch jetzt auch zu uns ja ich sprinte zu euch aber ich bin allgemein irgendwie immer lämtsinger als hier ich weiß nicht wieso ich sprinte auch also warte wie viel gewicht habt ihr ich habe sogar mehr gewicht kann schon sein das ist komisch weißt du Sven was haben wir jetzt gerade gesagt nicht ja er wäre halt immer voraus und dann nein es ist halt es geht an mir einfach sonst so langsam oh mein Gott ja wir sind jetzt so schnell wie der letzte aber wenn wir nachher aber wenn wir nachher auf die farm kommen und dort abhauen müssen dann soll die sprintanzeige schon voll bleiben darf ich jetzt auch ja so was wir auch noch sagen können die map ist hier wirklich enorm riesig ach scheiße ich sehe wieder also ich habe bin wieder mal habe wieder mal einen black screen hoffentlich falle ich diesmal nicht raus komm schon bitte falle ich falle nicht raus bitte bitte ach nice ich bin noch drin nice 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 ich bin jetzt bald sind wir bei der m ihr seid so weit auseinander ja ich weiß Sven wo läufst du hin man wo läufst du hin wo läufst du hin in Richtung Camp wir gehen nicht zum Camp wir gehen zur Patch Farm eben du läufst falsch ne ups du läufst genau weg von der Patch Farm also ich muss mich jetzt wieder mal ein bisschen mehr holen hm auswenden gesprinnte ja ich hä ich hab voll warten wir mal kurz hey wartet Leute legen wir uns kurz ins Gras und so kurz und schau mal wegen dem Inventar ob wir klug stacken können ja so gut was das sagt so was ihr habt warte gehen wir nach vorne zu also ich hab ne Gericho neun Millimeter nicht die Waffen ich hab zwei Schokoriegel also warte ich habe fünf Schokoriegel ok warte ich geb dir mal die Schokoriegel ok nachher müssen wir ah warte ich hab sie an den Boden gelegt ah Item zugefügt gut hab ich jetzt hab ich sieben Schokorie ähm gib mir die Instant Hoverbrei bitte hab ich keinen mehr ja ich hab nur noch das Instant Hoverbrei sonst hab ich nix mehr ja ok dann geb ich dir die dann geb ich dir die dann geb ich dir die Mini Sains ja stimmt gib mir die Mini Sains ich hab drei ok ich auch aber ich geb sie dir jetzt ja ich glaub ich kann sonst ähm also was ich geben könnte hab ich schon gegeben hm gut nice danke jetzt hab ich sagst mindestens ja gut sonst hab ich wirklich nix mehr sonst ich hab noch äh wieviel Verbände habt ihr habt ihr also ich hab Medizin hab ich ja nix aber ich hab einen ich hab auch einen Schmerz ich hab auch einen Verband also Leben ich hab noch so etwas unter der Schulter also geht so äh braucht wer hat wer Limodose das ist der Jakob ja ich hab drei Limodosen ich hab zwei kann ich dir behalten das ist das einzige Trick das ich habe brauchst du noch zu trinken Sven also Turigo ne ich hab noch eine eine Wasser will doch wer einen eine Liter Wasser ne was ist das ich hab zwei was ist das nein behalte beide wieso was ist das sag's nochmal sag's nochmal sag's nochmal was ist das komm gib mir einen oder mir ich hab weniger das ist das Licht ach so was für ein was für ein Licht das ist das auf dem Bodenwerb also ich hab braucht jemand einen Cricket-Schläger ne brauch ich nicht oder soll ich den Schlagring behalten oder den Cricket-Schläger unser unser Kollegenkreis komm wie das Sven du bist sonst aus dem Kollegenkreis ja ja ist gut ja okay sonst ist es eigentlich gut ne Left 4 Dead da ist die Patch Farm hier ach ne nicht Left 4 Dead wollte ich sagen ich wollte sagen The Walking Dead so hier hin ne so in diese Richtung kommt hier ja komm wir spielen jetzt ein Walking Dead ähm Simulator wir laufen nur komm ey warte doch auf mich ich bin kurz eingenickt warte doch nicht ich sehe die City noch von hier ich kann noch voll weit ranzoomen in die City man ja das ist geil man kann allgemein eigentlich noch ranzoomen einfach mit äh Rechtsklick zwar nicht so weit aber wo ist die Patch Farm? die sollte dann gleich vor uns sein ach man ich will nicht vorauslaufen ich will lieber ein bisschen bei euch nachlaufen ich weiß nicht genau wohin ich hab noch Müsli Riegel ich könnte auch mal schnell auf der Karte schauen aber egal ich sollte eigentlich mal Verwendung Müsli Riegel umtauschen so aber ich hab voll viel also zu trinken hab ich genug ich hab noch 5 Energy Drinks und 4 Wasserflaschen 375 Milliliter was du du hast schon Wasserflaschen ich hab aber nicht 1 Liter kann ich die Limmondosen von dir Jakob? ja SMS Sven hast du genug zu trinken? tu Vigo ja ja ich hab fast voll ich hab eine schon getrunken hast du noch eine 1 Liter Wasserflasche? hab ich ja ok gut dann kann ich das geben dann mach ich hier lieber jetzt mach ich hier hin das Chemietland danke ja aber ja jetzt müssen wir einfach immer weiter schauen dass wir die Patchfire ist hier unten rechts ne? ach cool warte ich äh ich äh schau mal mit dem Sniper ich seh ein paar Zombies echt? aber nur Zombies also warte warte mal lass mich mal ein bisschen näher ja also bis jetzt sind wir nicht wirklich oft gegen andere Gegner getroffen äh gestoßen nur die vorher glaub ich warte ich äh ich schau mal von dieser Distanz aus ein bisschen also muss ich schon sagen wir haben vorhin wirklich einen ziemlich guten Fund gemacht an ähm an Equipment und so es hat aber es hat nur Zombies das ist gut ein bisschen eine zweite so war einfach wieder solche Rohstoffe zu finden das haben wir eigentlich verzeiht es ist immer noch Nacht das ist ein bisschen scheiße ne? ja es ist ziemlich lang jetzt schon Nacht hab ich das Gefühl so ist bei mir letztes Mal nicht so vorgekommen wenn wir taktisch vorgehen können wir nicht allzu viele Zombies aufscheuchen und dann die Horsa looten auf